Die Stimmung passt gerade gar nicht, weil die Sonne scheint. Leute, was geht ab? Jetzt hier kommt es zu diesem neuen Video. Fortnite hat ein bisschen Sch*** gebaut, glaube ich. Eine Sache stört mich noch mehr als dieser Pickel hier. Und zwar soll angeblich die coole Sniper, die weiß ich, wie lange war die da? Eine Woche? Soll jetzt einmal wieder rausgenommen worden sein. Lass mich bitte keinen Disstrack gegen Epic Games machen. Ich check das Ganze erstmal aus. Ich kann das selber noch nicht glauben. Ein paar neue Waffen. Ist ja cool, dass wieder die alten Eisen wieder drin sind. Alter, das passt wirklich buchstäblich. Ein paar alte Eisen sollen wieder drin sein, habe ich gesehen. Mein Baby ist noch drin, wichtig. Mein Baby ist noch hier. Kennen wir natürlich alle schon. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Hier landet jemand, oder? So, schauen wir mal. Ah, der Bray wurde erwischt. Ja, das war auch gemein. Aber wo hat er denn hingeguckt? Hä, wo war er denn, Digga? Erinnert mich voll an die Anfangs-Fortnite-Zeit. Ich habe da so ein Meme gesehen. Digga. Eigentlich muss ich euch das hier mal zeigen, ne? Ja, Freunde, ihr wisst ja, ich liebe die Sniper. Damit macht es erst so richtig Spaß. Ja, die Bogen sind wieder drin. Ist ja alles toll, ne? Aber hat es dann nicht für eine Sniper gereicht? Ich verstehe das nicht, Freunde. Ich bin ein bisschen traurig gerade. Wäre auch cool, wenn ihr ein Like da lasst, um meine Laune zu verbessern. Kennt ihr die YouTuber? Digga. Ja, komm, was haben wir jetzt hier drin? Wahrscheinlich eine Sniper, oder? Ey, geh weg da. Wahrscheinlich eine Sniper, ne? Ja, hier haben wir das Baby, ne? Ist ja alles schön und gut. Ich hole jetzt einen damit. Ist cool. Die verzieht auch nicht so. Ja, Schlürfsaft. Hatte ich ja auch in meinem OG-Video letztens, ne? Ist alles cool. Oh, warte mal. Wo ist der? Oh, ich hasse das, wenn ich den Hammer höre. Aber ich weiß nicht. Wo? Wo bist du, ey? Aber ich kann das doch nicht glauben, Digga, dass die Sniper nicht drin ist. Irgendwo hier ist jemand. Ich glaube, der ist im Gebäude. Mensch, wo bist du jetzt? Ach, der ist unten, glaube ich. Komm mal her, Mädel. Ich muss jetzt einen Sniper finden, Freunde. Sonst weine ich, Digga. Aha. Ja, okay. Schon wild, ehrlich gesagt. Real Talk, das war gerade nicht gut. Fragt mich bitte nicht, warum ich nicht einfach auf die andere Waffe gewechselt bin und ihn gelasert habe. Okay. Oh, es ist unerträglich. Ja, das war komplett verkackt. Jawohl. Ich bin Autofahrer. Tschüss. Boah, dass der mich so weglasert, ne? Man muss echt damit treffen können. Aber 40er-Schaden ist nicht schlecht. Die lädt gut nach. Jawohl, ich bin der Allerbeste. Kappi, wappi, schnie, schna, schnappi, das kleine Krokodil. Piep, papp, piep, das Beine, Pocko, piep. Bandagen, die brauche... Ey! Wo ist der? Boah, die lasert echt. Einmal so. Boah! Alter! So, ich sehe auch hier keine Snipergrüße gehen raus. Epic Games, bestes Spiel. Whatsoever, Mr. Potter! Ja, dafür haben wir dieses wunderschöne Schießeisen, Digga. Wovon ich gerade geredet habe, ne? Wo landet der Bre denn? Wo landet er denn, Digga? Lust! Du bleibst hier! Du bleibst hier, du kleinen Maus! Ja, das zählt jetzt nicht. Ich habe heute so Bock, ein paar Shots zu verteilen aus der Distanz. Oh, ein Lama! Bamm, auf den Kopf! Was ist in dem Lama drin? Etwa ein Sniper? Komm her! Bleib hier! Mann, wer schießt mich da ab, Digga? Ja! Ja, das gibt jetzt Streit. Ich hätte auf die andere Waffe wechseln sollen. Ey, yo, Fortnite! Yo, was soll ich mit der DMR? Gib die Sniper her, yo! Sonst diss ich dich wie Flares! Mache ich in deinen Kopf rein! In deinen Bauchnabel stecke ich meinen Finger rein! Was? Hä?